Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute noch mal das spezielle Thema Lederlenkrad. Wir hatten in der letzten Zeit viele Videos zum Thema Leder, aber das hat sich sehr, sehr gut angeboten. Jetzt hier mit diesem Skoda Rapid, 184.000 Kilometer das ganze Fahrzeug hier auf dem Buckel und natürlich auch das Lederlenkrad. Und wenn ich hier so drüber gehe, ich gehe fest davon aus, das wurde hier noch nie so richtig gereinigt. Deswegen bin ich mal gespannt, was wir hier mit einer Reinigung auch bewirken können. Wir werden das Ganze auch so machen, dass ihr das schön im 50-50 Vergleich seht. Auch diese Oberfläche ist hier schon teilweise auf der Seite richtig glatt. Also das ist schon gar keine Struktur mehr drin, wie hier oben zum Beispiel im Leder. Also einfach abgenutzt, 184.000 Kilometer. Da ist natürlich klar, dass irgendwann mal das Material auch mal leidet nach dieser Zeit. Und mal schauen, wie viel wir mit einer Lederreinigung hier wieder hinbekommen. Und schöner 50-50 Vergleich, los geht's. So, und hier haben wir mal das Lenkrad und damit wir das noch besser sehen können, nehmen wir mal hier die Lampe noch mit dazu. Und ich glaube, ihr könnt das hier an der Seite schon erkennen. Da habt ihr auch nochmal den Kilometerstand. Also da haben wir definitiv mal ein richtig schönes gebrauchtes Auto auch da, was wir dafür super nutzen können. Ihr seht hier, das wirkt alles so richtig schön glatt glänzend. Also diese Oberfläche hier ist super glatt. Wenn man hier oben mal schaut, hat man eigentlich noch diese Struktur noch mit drin und auch auf der Seite. Aber ich glaube hier derjenige, der mit gefahren ist oder die Besitzer haben meist hier an der Seite sich mit links festgehalten. Und da sehen wir hier ganz deutlich natürlich auch so ein paar Kratzer in der Oberfläche. Aber ich denke mal, wir können hier einiges noch mit einer Reinigung rausholen. Ich bin mal gespannt, was hier so ein Lederreiniger schafft nach 184.000 Kilometern. So, also wenn man das auch anfasst, das merkt man auch, das ist richtig schön glatt hier an der Seite. Vielleicht wird euch mal mit einem Reiniger oder so drüber gewischt oder mit einem Universalreiniger. Aber ich glaube, wenn man hier mal mit einem richtigen Lederreiniger drüber geht, wird man hier noch einiges rausholen können. Auch optisch. Wir schauen einfach mal. Ich lasse mich mal heute hier vom Reiniger richtig überraschen. Und bei so einem Lenkrad kann man auf jeden Fall auch etwas stärker einen Reiniger nehmen. Ich habe hier noch mein Ledermarkset mit und zwar mit dem Cleaner 1.1 für Glattleder. Das ist hier nochmal die Intensivvariante. Es gibt auch noch den Cleaner 1.0. Aber bei so einem Fahrzeug können wir definitiv direkt hier zum 1.1 greifen und danach auch nochmal den 2.0, den Conditioner drauf machen. Uns geht es erstmal vorrangig hier um die Reinigung. Deswegen mal ein kleines Klebeband hier drauf gemacht, damit wir einfach mal im oberen Bereich hier drüber reinigen und mal den Vergleich haben zwischen nicht gereinigt und gereinigt. Und bei so einem älteren Fahrzeug nehme ich gerne mal hier das Scrub Pad. Ein bisschen nass machen und dann nochmal ausdrücken, damit ihr einfach noch ein bisschen mehr die Abrasivität von den Fasern noch weiter minimiert. Deswegen auch nochmal der Tipp dazu. Und dann gebt euch hier ein bisschen Reiniger auf das Pad drauf. Ihr könnt einfach hier vorne auch den Fotobereich so ein bisschen drauf träufeln. So, und dann kann man es auch ein bisschen zusammendrücken und hier einfach ein bisschen auftupfen. Seht auch, hier ist genug Reiniger drauf. Und dann, ich gehe jetzt mal ganz vor, ich drücke jetzt gar nicht auf oder so. Schaut mal, wie viel Schmutz hier drauf steckt. Ich ohne großen Druck einfach nur drüberwischen. Schaut mal, was hier an Schmutz schon drin steckt. Ohne, dass ich jetzt hier irgendwie drüber gerieben habe. Es ist nur dieser Handabrieb und alles, was dazu gehört, bekommt ihr hier diesen braunen Schleier ins Pad rein. Das sieht man hier sofort. Also, da habe ich ja noch nicht mal irgendwie jetzt gerieben. Wenn ihr dann doch ein bisschen reiben wollt mit dem Pad, dann immer in eine Richtung. Nicht kreisen oder so, würde ich nicht machen, sondern immer in eine Richtung. Einfach die Oberfläche gut reinigen. Färbt sich richtig der Schaum schon leicht bräunlich ein hier. Also ohne großen Druck jetzt. Ich mache das wirklich nur ganz leicht drüber. So könnt ihr auch die Stärke der Reinigung natürlich auch bestimmen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, guckt mal, wir sind aus so einem kleinen Stück. Schaut mal, was hier rauskommt. Also das ist ein richtiger Schmutzschleier und ist ganz normal bei der Laufleistung. Aber deswegen können wir das einfach mal mitmachen und deswegen wollte ich das einfach mal auch mit zeigen. Ihr könnt auch hier ganz entspannt drüber gehen. Ihr müsst hier nicht irgendwie stark aufdrücken. Das ist vielleicht 50 Gramm Druck, die ich jetzt hier draufgebe, höchstens. Also hier mit einem Finger ganz, ganz leicht. Ja, und da sieht man schon hier, was hier an direkt da drin steckt. Wir machen jetzt mal nur die Außenseite. Ich wollte das einfach mal für euch mit ins Video mit aufnehmen. Nehmt euch ein Mikrofasertuch und dann tupft ihr hier einfach den überschüssigen Reiniger ab. Wir tragen den Reiniger jetzt ja nur ab. Ganz leicht drüber gehen. So, und dann seht ihr auch hier, da ist so ein bisschen Rest im Tuch. Aber das Wichtige ist natürlich, das Scrubpad sammelt natürlich auch den Schmutz richtig mit auf. So. Ja, und wenn wir uns das jetzt mal anschauen hier, das ist natürlich schon ganz, ganz deutlich, was hier an direkt da drin steckt. Und das war jetzt nur das kleine Teilstück. Man sieht jetzt sofort, dass das hier irgendwie deutlich frischer wirkt. Und hier oben haben wir wirklich noch so einen richtigen, man merkt es auch, wenn man hier drüber geht, schön von der Struktur greift sich auch gut an. Und hier oben ist wirklich, da sieht man richtig, wenn man sich so mache, wenn ich hier oben hingehe, kannst du das Lenkrad richtig bewegen, weil das so leicht klebrig ist. Also ganz, ganz deutlicher Unterschied. So, ich nehme mal hier noch den Rest noch mit runter. Natürlich könnt ihr im Anschluss den Conditioner auch nochmal mit auftragen. Wenn das Lenkrad natürlich schon richtig kaputt ist und ihr das Leder schon durchgerieben habt, weil das einfach so und so schon richtig alt ist, dann definitiv auch hier nochmal das Ganze mit einer Lederreparatur behandeln. Aber hier einfach ein bisschen mit dem Tuch trocken tupfen. Und dann haben wir hier einen ganz, ganz deutlichen Unterschied. Wahnsinn. Sehen wir jetzt auch gleich. Vielleicht ist es auch schon auf der Kamera sichtbar, aber man sieht es von vorn schon ganz, ganz deutlich, dass dieser speckig glänzende Look jetzt weg ist. Ich hole euch mal ran. So, ich glaube, man kann das hier auch schon erkennen. Hier ist der Übergang. Ich bewege mal die Kamera so ein bisschen hoch und runter. Könnt ihr das hier erkennen? Hier hört dieser glänzige, schmierige Film auf. Da. Und hier oben wird das Lenkrad wieder schön glatt. Und hier ist es richtig klebrig. Und wenn wir jetzt nochmal die Lampe dazu nutzen, wird das nochmal richtig deutlich werden. Schaut mal. Da kann man den Unterschied sehr, sehr gut erkennen. Und ich habe, wie gesagt, ich habe nicht irgendwie Druck ausgeübt, nur das Pad ganz leicht drüber gleiten lassen. Und damit habt ihr auch eine schöne, schonende Reinigung. Bitte nicht so machen wie in unseren Leder-Experimenten hier reiben extrem mit viel Druck, sondern wirklich nur ganz leicht drüber gehen. Und dann seht ihr hier, was man hier rausholen kann. Man sieht es auch hier oben nochmal. Schaut euch das mal an. Das ist jetzt so eine ganz schnelle Reinigung. Ab hier bis hier hoch. Ganz, ganz deutlich Unterschied. Trotzdem muss man sagen, das Lenkrad ist natürlich vom Material her schon sehr abgegriffen hier. Aber trotzdem kann man noch einiges rausholen. Und es fühlt sich definitiv schon wieder deutlich besser an. Wollen wir dasselbe nochmal hier oben lang machen? Ich glaube, da wird der Unterschied auch nochmal richtig heftig. Ja, also wenn ihr euch mal so ein gebrauchtes Fahrzeug holt und ihr merkt, okay, das Lenkrad ist aber echt sehr verklebt, sehr speckig vom Look, könnt ihr das gerne mal austesten. Und ich nehme jetzt mal hier die frische Seite vom Scrub-Hit, damit wir auch nochmal den Unterschied gut sehen können. Ich gebe mir hier ein bisschen was drauf an Reiniger. Ihr könnt ja wirklich sehr lang dann damit arbeiten. Und wir gehen einfach nochmal hier oben mit drüber. Wirklich so ein bisschen antupfen. Und jetzt ohne großen Druck. Wirklich nur ganz normal drüber gleiten lassen. Ihr könnt auch hier vorsichtig über die Innennaht drüber gehen. Wichtig ist halt wirklich einfach nur das Pad leicht auf der Oberfläche gleiten lassen. Wenn ihr mehr Reinigungsleistung braucht, könnt ihr natürlich auch deutlich mehr aufdrücken. Aber ich bin jetzt hier wirklich nur, guck mal, ich drücke das hier nicht mal hier hinten runter, sondern ich halte das wirklich nur so ganz, ganz entspannt. Und gehe hier einfach nochmal mit drüber. Die schonendste Variante ist natürlich der mitgelieferte Schwamm. Wissen wir ja. Aber so ein Pad hier kann man definitiv mal nutzen. Vor allen Dingen, wenn man das wirklich sehr, sehr leicht nur über die Oberfläche drüber führt. Und jetzt guckt euch mal an, was hier für ein Schleier drin ist. Aber wir sehen, der ist nicht so extrem wie hier an der Grifffläche, weil natürlich öfters hier an der Seite angegriffen wird als hier oben. Aber ich glaube, man sieht schon ganz, ganz deutlich, dieser leicht bräunliche Schleier, der drauf ist. Machen wir mal einen kurzen Break und schauen uns mal das Ergebnis an. Ich gehe mit dem Tuch drauf. Auch hier wieder nur, um die Überschüsse runterzunehmen, ganz, ganz einfach drüber gehen, weil auch Mikrofaser, wie gesagt, ja eine leichte Abrassivität hat. Aber wir gehen hier ganz entspannt drüber, lassen das Tuch einfach so ein bisschen drüber gleiten, nehmen die Feuchtigkeit auf, tupfen das einfach trocken. Dafür nehme ich halt auch gern mal hier so ein weißes Mikrofaser-Tuch, weil man das dann natürlich schön als Ergebnis wieder sieht. So, und jetzt schauen wir noch mal gemeinsam. So, da haben wir den Übergang. Ich mache erst mal das Klebeband ab und dann hole ich auch noch das Licht dazu. Und ich glaube, da wird es schon sehr, sehr deutlich werden. So, da haben wir noch einen kleinen Rest und ein Klebeband. Aber schaut mal hier, hier ist es jetzt wirklich, wirklich vom Look her wieder schön gleichmäßig. Und hier drüben haben wir diesen richtig speckigen Glanz drin. Und da sieht man jetzt oben schön den Übergang. Ich kann aber noch mal diese Stelle hier ein bisschen trocknen. So, selbst wenn ich noch mal über alles drüber gewischt habe, sehen wir jetzt hier deutlich dann den Übergang. Also, ich denke mal, das ist sehr, sehr schön zu sehen. Ich muss noch ein bisschen im Licht schauen, dass es für euch nicht überblendet. Also, da sieht man es jetzt gut. Genau in der Mitte Übergang. Links sehr schön sauber. Rechts dieser glänzende Schleier noch drauf. Schönes Bild. Und wie gesagt, hier drüben hat man es natürlich am besten gesehen. Ja, und so könnt ihr jetzt einfach hier über das gesamte Lenkrad drüber gehen. Ihr könnt auch den Scrub mit dazu nutzen. Geht natürlich genauso. Ich verlinke euch den auch nochmal unten in der Videobeschreibung mit. Wichtig ist, wenn ihr das Scrub-Pad nutzt, weil es ja doch ein etwas abrasiveres Werkzeug ist, dass ihr nicht, wie wild jetzt hier drüber schrubbt, das ist kein Scheuerschwamm, sondern wirklich nur ganz vorsichtig drüber geht und ohne großen Druck arbeitet. Und dann kann man hier einmal sozusagen ums Lenkrad rumgehen. Ich lasse das nur ganz sanft drüber gleiten. Und ich glaube, das wird hier richtig der braune Schleier, der hier drin ist, absoluter Wahnsinn. Man kommt auch hier schön in diese ganzen Zwischenräume rein. Und man kann es natürlich auch noch ein bisschen zusammendrücken, wenn man hier merkt, okay, es wird dann zu eng. Aber dafür könnt ihr halt auch den Handschuh sehr gerne nutzen. So, einmal nochmal hinten lang. So, und damit sind wir einmal komplett. Und das ist jetzt nur so eine ganz schnelle Reinigung. Ihr könnt es natürlich noch viel intensiver machen. Aber ich wollte einfach das erstmal wieder in einen gewissen Grundsauberkeitszustand bekommen. Und dann nehmt ihr euch dann den mitgelieferten Schwamm mit dazu und tragt hier einfach ein bisschen Conditioner auf. Den gebt ihr euch einfach auf den Schwamm drauf, aber vorher lasst ihr das Lenkrad nochmal ein bisschen abtrocknen, falls ihr noch irgendwelche Reste sehen. Und dann hier mit dem Applikator auftragen und dann ca. 45 Minuten antrocknen lassen. Und dann geht ihr nochmal vorsichtig mit einem Baumwolltuch drüber und habt ihr nochmal einen zusätzlichen Schutz, der hier mit draufkommt. Also das ist natürlich auch eine schöne Sache. Deswegen hier den Conditioner nach so einer Lederreinigung definitiv noch mit auftragen. Dasselbe gilt natürlich auch für die Sitze, wenn ihr das nutzt. So, und damit ein kurzes, kompaktes Video zum Thema. Nochmal Lederlenkrad reinigen. Es hat gerade einfach so gut gepasst, weil ich das Auto gerade hier da hatte. Mit 184.000 Kilometern nimmt man sowas einfach gerne noch mit. Und das Thema Lenkrad natürlich dann in dem Bereich auch einfach nochmal ein Video mitgemacht, weil es immer wieder auch von vielen gefragt wurde. Auch hier der Pralltopf, Airbag-Abdeckung, wie ihr das auch nennen wollt. Auch das könnt ihr natürlich genauso behandeln. Mache ich jetzt auch gleich noch im Anschluss. Sonst sieht es irgendwie seltsam aus, weil der hat auch schon ein bisschen über die Jahre hier gelitten. Also könnt ihr das natürlich auch noch mitmachen. Aber auch hier da genauso easy einfach vorgehen. Und jetzt ist es auch wieder schön vom Grip her. Und so muss das sein. Wenn ihr Fragen habt dazu, unten in die Kommentare rein. Ich habe euch die Werkzeuge verlinkt, ich habe euch die Reiniger verlinkt. Und geht wirklich mit diesen ganzen Scrub-Material-Produkten wirklich ein bisschen sanft dran. Nicht wie Wild hier, das ist kein Scheuerschwamm. Und dann könnt ihr das definitiv benutzen. Ansonsten beginnt einfach wie immer mit dem Ansatz erstmal sanft rüber gehen und dann immer weiter steigern. Und bitte Bürste hier bei solchen Fahrzeugen mit 180.000 Kilometern und so weiter würde ich nicht mit einer Bürste anfangen. Ihr wisst ja, was eine Bürste anrichtet. Also da vielleicht davon absehen. Mein Tipp dazu. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben nicht vergessen. Würde mich sehr, sehr freuen. Bei Fragen jederzeit für euch über WhatsApp bereichbar. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder auch mit dem Fahrzeug. Und das Lenkrad ist jetzt erstmal wenigstens wieder richtig schön sauber. Und jetzt mache ich im Anschluss noch den Conditioner drauf. Und dann ist das Ganze auch noch geschützt. Haut rein. Ciao. Ciao.